die unterirdischen gänge dann mit deinen verbunden sind oder irgendwie sowas ich werde mir irgendwo mitten in der pampa werde ich mir tree farming machen da habe ich auch schon so viel ja aber ich glaube da kann man auch einfach echt nie genug haben das stimmt also wenn es irgendwas gibt wo man nicht genug von haben kann das ist holz und kohle das stimmt und erde limestone könnte in seiner original form aber tatsächlich farblich gut zum fervid passen wo bin ich denn jetzt gelandet ich habe nur geguckt tatsächlich nur gucken nicht anfassen richtig ist in der nase juckt ja gut das haus könnte ganz hübsch erscheinen wenn ich mal meinen meine ganze erde da weg gemacht habe ich finde das haus ganz hübsch und fenster drin sind noch sind keine fenster drin du machst die fenster immer erst mal in alles steht gar ich kann das gar nicht ich muss die immer sofort rein machen ich hatte dunkle gebäude das fällt mir gar nicht auf weil ich immer ewigkeit lang kein dach habe das wäre dann immer erst wenn ich ein dach habe ich mache mir die decke dann schon mal hoch und dann merke ich ja das auch bei mich ist das immer an wenn es rein regnet deswegen mache ich mein dach drauf das heißt nach zumindest eine decke und schon kein dach wird so ich habe jetzt hier mal drei verschiedene sorten stein die ich sammeln dann gucke ich mal was am besten aussieht bist du gerade in der nähe eines bettes tendenziell eher weniger aber ich kann schnell raus ist nicht so schlimm weil ich bäume klopfen in der dunkelheit ist irgendwie mir ist nicht so spaßig doof ein moment wenn ich weit weg vom bett ist wieder eine kuh in die quere gelatscht irgendwie machen die das gerne ich glaube mögen nicht fürchterlich wie gesagt so lange sie von meinem haus weg bleiben ist alles gut wo was hatte ich gerade für den leck wo mein kraft hat gerade einfach so einen heftigen raugler gehabt ich liege ich auch gut ich habe schon wieder getrunken ganz heimlich wo ist das maria sollte ich vielleicht langsam aber was ist denn da für ein oakwood gewachsen das ist ein mega oakwood bei mir gerade ich auch damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass der kommt ich trinke auch mal einen schluck ganz heimlich es ist nicht mehr heimlich wenn du das sagst ach doch es sind ja nur so zehn leute stimmt das ist eigentlich genügend so ich habe gerade so ein desktop fenster ist bei mir erschienen so eine desktop benachrichtigung also ob es funktioniert jetzt problemfrei so auf einmal hat es dann beschlossen es funktioniert es ist immer so erst schön probleme machen und dann doch funktionieren ja ich möchte mich nicht beschweren wobei es bei mir tatsächlich von anfang an funktioniert hat ich habe mich ausnahmsweise mal einmal nicht dumm angestellt ja ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher ob ich mich dumm angestellt habe oder einfach das programm anders war aber egal es funktioniert ich habe viel zu viel klimpüms der sich mit rumschlepp ja kenne ich wieder rüber zu meinem haus dann muss ich mir gescheite fenster aussuchen die was dazu passen ich glaube ich brauche viel 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 mehr stein als ich angenommen habe so zack nein entschuldigung muss man schauen aus welchen steinen kann man eigentlich überhaupt aus limestone glaube ich nicht nur als die da wo koppel rauskommt ja aus limestone hier kommt kein koppel raus entschuldigung ja klar fall auf die andere seite ich habe gerade meine probleme small limestone bricks doch doch recht okay aber ich glaube ich die zwei verschiedene limestone wenn sie mich täuscht äh echt mhm endstone fancy bricks vielleicht geht es auch mit dem chisel large cloud bricks wie bitte baue ich eine wolke ab keine ahnung das könnte ich auch machen fantasy block brick purple fantasy block brick ich habe gerade eine idee wird dir alles gut ich musste gerade einmal gähnen ich hasse karpenter ich hasse es ich hasse es scheiß da man ich bin verwirrt naja ich bin genervt von meiner eigenen unfähigkeit aus diorite zum beispiel wenn ich den brenne da entstehen so fliesen das weiß ich keine ahnung die sind recht hell die sind ganz nett so rate mal wieder wer wieder auf sein dach muss wer es verkackt hat ich hoffe du kannst es den dachbau mal abschließen tut mir so leid dachbauen ist so asozial ach so ja wenn karpenter einfach das machen würde was ich will was er tun soll was er nie tut ja das ist alles überhaupt kein problem so das war die spitze ich glaube ich habe keine Zeit was machst du denn runterfallen ach leck mich doch so wieder einmal rum um mein haus so wieder hoch so gehst du durch die tür danke ich war ganz zu fett um durch die tür zu passen hoch da da sind wir ein bisschen schmeißen wir so doch einfach den da mal oben rein jetzt wäre es ganz nett wenn ich nicht aufs maul fliegen würde diorite auch oder mache ich das so es ist doch nur noch dieser eine stein ach danke nein so wobei ich auch das da endlich machen könnte äpfel lassen sich übrigens nicht grillen oh okay oh na das war dumm leider ich hätte jetzt voll Lust auf schokofrüchte ich habe noch ich habe noch Nudeln im Kühlschrank ich koche heute Abend nochmal welche wir haben uns gestern äh Essen bestellt oh geil die sind übrig geblieben weil ich natürlich Pizza und Nudeln bestellt habe ja macht man auch so nein so ich muss auch immer Pizza und Nudeln bestellen ich kann mich immer nicht entscheiden richtig zack zack wie sieht denn der Dark Side aus als Brick er ist recht dunkel also für mein Schlafzimmer möchte ich den nicht haben nein da kommt was anderes rein da kommt gleich Holz rein ich glaube für die Küche wäre der ganz gut bist du schon wieder runtergefallen? mhm ich klopf gerade alle möglichen Varianten von Carbon da durch ähhhh kann ich dich noch gisseln? ich hatte dich doch hä? hab ich den Gissel abgelegt? noch scheißteil ähm ich muss meine Kisten sortieren da kann man ja nichts finden so ne ist es der Carbon mit der Gissel da und da ja okay das ist leer und ich hab ich hab ich hab ich hab meinen Rucksack eigentlich auch noch aber da ist nur Ecologie drin für meine für mein Distrikt 13 ähm da ist mein Schüssel hoch Ember kommt hier mit dazu mhm so jay ich hab eine Haushälfte äh eine Dachhälfte mhm das ist nur noch die zwei ja lässt sich nicht gisseln schade dass sich's nicht dass sich Bricks nicht mehr gisseln lassen und normales Holz schade schade lassen sich eigentlich Kisten gisseln? nein ich glaube nicht nö leider nein aber Carpenter Kisten glaub ich kann man dann eben rund machen ja ja ich glaub schon ich hab ja noch nie Carpenter Kisten gemacht nein da seid ähm ja okay ich muss mal gucken was von dem Zeug überhaupt brennt und was nicht ich muss wieder von meinem Dach runter äh ein bisschen davor stehen aber eigentlich müsste alles alles brennen davon so ähm ich brauche ja meine Slabs gut ich mach mal die Küche so so ich freue mich schon so wenn ich mit dem blöden Dach fertig bin oh ich glaub's dir leckt mich doch so eine Kacke ich freu mich wenn ich sortierte Kisten hab das ist immer eine Wohltate äh ah schon wieder Two Steps from Hell ich mag die Playlist ich hoffe die schmeißen mir nichts raus ach ja das ist immer so die Frage damit also bei mir aber wir machen ja kein Geld damit ne vielleicht läuft's ja unter Creative Commons mal ja normalerweise können ja dann die anderen Geld mit deinen Videos verdienen was ne weiß ich jetzt nicht doch doch das steht dort und wenn du echt? ja ach wenn ich äh dann die Content verwende? ja dann können andere deine Videos monetarisieren naja gut okay meinetwegen 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 dann aber überlege ich mir glaub ich fürs nächste Mal schon ob ich da nicht ein anderes will ne andere Musik nehme so da ah meine Stirn juckt so ähm darüber muss ich ah ja das Fenster wollte ich auszimmern richtig das ist total sinnfrei das darüber ich hab mir jetzt beinahe meine Treppe wieder zugebaut dann hatte ich kein Holz mehr ja ja genau so mhm so ne schatz aus da unten oh kam er da so es wird wahrscheinlich gar nicht reichen ich bin am Endspurt von meinem blöden Hausdorch okay Limestone lässt sich nicht äh brennen schade lässt sich Diarrite brennen? nein auch nicht sieht nicht danach aus hallo mhm aber wie hat man aus Diarrite dann diese mhm Diarrite so also er lässt sich auf jeden Fall schisseln wie es aussieht ich hab leider nein mhm also Diarrite lässt sich schisseln aber Briggs ah ok der lässt sich nur schisseln so der Limestone wahrscheinlich auch ah es ist ok so oh mein Gott es neigt sich dem Ende ich seh nichts mehr ähm ich könnte das auch quasi nur die Küchenhälfte oh das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit dem Holz ich hab mein Dach gleich was mach ich da von Boden sieht denn aus wenn ich wie ist das denn wenn wir da einmal den hier machen oh es muss so tierisch spannend sein gerade bei mir auch jetzt rutschen wir doch mit dem Buggel runter mit deinem Quatsch hm dass die Items nachgelegt werden ist ja ganz toll aber es wäre schön wenn immer dieselben Items nachgelegt werden würden nicht einfach nur random irgendwas ja ich weiß was du meinst so äh äh wieder hoch und nochmal hoch ich geh ja da so gerne hoch so nein ich muss jetzt dann weinen äh magst du vielleicht doch erstmal was anderes machen nein jetzt bin ich fast fertig hab ich mir zum dreimillionsten Mal gerade runtergefallen manchmal soll man aufhören wenn es am schönsten ist es ist nicht schön gerade na gut und irgendwann muss ich es ja machen das ist ja das blöde ja ja ich bin der Habs ich könnte auch einfach den schnell mitnehmen und da einen anderen Boden ich hab's könnte ich natürlich auch tun ist das schön kann ich Erde auch füllen so jetzt kann ich die Erde da wieder überall wegmachen mhm das mache ich doch glaube ich jetzt noch einfach mal so dass ich mir den hier einfach mal mitnehme ne tschüssfacke zipp ich kann meine ganzen Erdgerüste wegbauen wie schön ist das denn juhu wie toll ja ich hab äh einen Boden gefunden den ich vorne reinmachen will beim Rest bin ich mir noch nicht so ganz sicher und sammeln gerade genug Stein dafür und dann machen wir den da vorne rein ja ich ich baue den Quatsch jetzt hier ab ich hab keinen Bock mehr so ach ne ach ne da muss ich noch machen fast vergessen so was mache ich hier vom Boden rein das ist eigentlich relativ egal oh nein ich hab da die Slaps vergessen rein mit dir mhm Limestone Limestone ich zähle da mal Limestone und rein so bist du gerade in der Nähe eines Bettes? ja ja okay sogar sehr nah so liege ja ich muss die Treppe noch runter beziehungsweise die Leiter und ich liege auch sehr schön ich hab schon wieder ne Desktop Nachricht so ist ganz schön was los bei dir äh YouTube Videos die hochgeladen werden mhm okay okay oh das sieht cool aus oh Limestone lässt sich ja richtig cool tschiseln plop 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 die ganze Kreide braucht doch auch keinen ach das ist Mabel oh der lässt sich nicht tschiseln der Mabel ich glaub's nicht hoppala das wird hübsch so ich hätte ihn auch ganz gern wieder raw deswegen schmeiß ich ihn da oben auch wieder rein mh Mabel Cobblestone noch eine Reihe Slaps und dann äh Wedges und dann hab ich's jay 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 oh mein Gott wie schön ist das denn mir ist übrigens total warm ah mein PC heizt schon wieder auf 3 Millionen Grad oh ich hab das Fenster zum Glück offen ja geht bei mir nicht ach Quatsch was ist das? jetzt ist es dasselbe so nein jetzt ok ich will nicht wieder runterfallen so ah ah so hab ich das vorher gemacht huch ah wusstest du dass man mit Steuerung und rechts äh links klick zurück schiseln kann also rückwärts äh nein sehr geil hab ich grad rausgefunden interessant so so geil und sehr praktisch huch so also da möchte ich auf jedenfalls Holz rein haben von relativ dunkles glaube ich mhm ja dunkler noch als das Bettzeitkabinett genau hier oben kommen die dann noch alle fertig rein okay Hey, meine Erde ist weg. So, jetzt noch einmal einsammeln. Okay, da muss noch Kohle rein. Das machen wir doch laut. Ah, fehlt auch nichts. Oh, wie schön. Da oben ist schon nichts mehr drin. Okay, da ist noch der Mabel drin, alles klar. So, oh, Boden. Mal sehen, werden wir fertig mit dir. Könnte sogar rausgehen. Oh, es schaut nicht doof aus. Also nicht gänzlich doof. Ich bin mir sicher, es sieht wundervoll aus. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ähm, jetzt mal einmal kurz meine... Ja, hier habe ich das Gefühl, ich schaffe nicht unbedingt so viel, wie ich mir vorgenommen hatte. Ich muss jetzt kurz meine... äh... mein, mein, mein Zeug ausräumen. So, ich muss jetzt... Ich muss jetzt...